Hey Ho und Willkommen zurück. In der letzten Folge waren wir auf ein Date unterwegs gewesen. Keine Mission gemacht, aber... Ich denke wir machen ein bisschen Jacobs Mission. Irgendwie weil Bock und so. So. Hat keiner gesehen. Aus allen, die da rumstehen. Boah, das ist da düster. Das war richtig düster. Na gut. Ich hab's nicht gesehen. Okay, äh... Ja, Unterkater hab ich ja gemacht. Soll doch nicht so weit weg sein. Ich find diese Details einfach, dass Leute an ihr Auto rumfucken und so. Cool. Einfach diese unnötigen Details. Und die Details sind sogar ziemlich gut. Das ist... Das ist... Was für mich GTA ehrlich gesagt einzigartig macht. Alle Leute... Smart man! So Emotions-Tod. Ja gut. Oh mein Gott. So Söten los! Oso, einfach mal da. Onya? Oh-Oh! André-Oh! Glad man to see the man. I'm in mind my Roman. Roman? He's OK! He's still waiting for his big break, eh? Big break?! Chuh, I promise I'll come for to have fooled in there anyone. A boy with a creep before him can walk, you know. Yeah. Anyway, let's go for a liquid drive. Come. Hier geht's Roman. Wo hat er den Knie geschossen? Ah, ist alles in Ordnung. Ziemlich high. Du möchtest die Fenster öffnen? Alter. So, was ist das Problem? Ich habe etwas Kali für keine Sau. Ich weiß nicht, ob es all das ist. Ich habe einen Partner, ich glaube nicht. Wer hat das Problem gemacht? Ein paar Arbor-Shotten von der Crew. Badmann hat ihn eine lange Zeit. Aber ich glaube, sie hat ihn vorhanden. Und wenn das falsch geht... ... 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 Das ist so voll ey, das ist... Alter, gut. Also Praia wieder. Hab ich jetzt eine Waffe ausgerüstet? Ja. Wow. Tja, die haben keine Sachen. Sie versucht mich zu holen. Ich habe es noch nicht. Ich habe es noch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Willst du nicht sterben? Jakob. Oh Gott. Lass einfach komplett rum. Fällt die vorher noch auf die Fresse, Alter. Hahaha. Ich hatte sie noch nicht berührt gehabt. Übrigens für die, die es interessieren hier. Manche Telefonnummern funktionieren nicht wirklich in dieser Stadt. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was wir tun ohne hier. Aber ich habe gesagt, ich muss die Blutklau, damit wir hier aufstellen. Alright, drive while I black up some more in a Greta. Real is clear, I think you can call up bad man. Falls es Leute geben sollte, die das nicht wissen, was das funktioniert. Wenn man Radio hört zum Beispiel, also im Auto. Wenn man im Auto das Radio hört, kann man halt die Nummer anrufen und das ist halt wie Chazer im Endeffekt. Soll aber auch nicht nur im Auto funktionieren, sondern manchmal hört man unterwegs ja irgendeine Musik. Das soll da gibt's auch funktionieren. Yes. I'm gonna put some road boy in the ground. Okay man. Let's go Nico! Alright, you ready? We're gonna set this place and fire to blood cloud. Alter, die Maus. We can't get the shot by the boy. Check the window. See him up there. Ich glaube man muss die Sonne sammeln. Oha! Jacob wird ja richtig umgehauen ey. Ja, Verbandskösten. Jupp. Ombre Café. Schnell. Ach, kein Bock hochzulaufen jetzt. Nice, Mann. Bam. Oh, Scheiße. Let's just, I could. Choo! Dem too late to stop Ionine. Bring us back to the café and thing. Real bad man gonna be happy with this and thing. Januar. Thank you, my brother. Don't mention, it was a pleasure. I look out for bad man like how you look out for Roman. He's my cousin. Blood be the thickest boundaries, you know? Light is not always an easy thing in a style. Bad man tell me, say, yo, Jacob, kill him. Jacob, show that. Et cetera, et cetera. It ain't always logical, but Ionine fall off. See? No way! That idea? I'm called Stabberman for giving a school face. Orders are sometimes hard. You must be sure you agree that we will follow. I have made that mistake myself a long time ago. Will the police help? But no. Ionine. Ionine. We're there. Thanks for everything. Keep this into something and say, yo, we appreciate your assistance, see? We talk to you soon. See you later. See you later. Yeah, man. Yeah, man. Autosave, wie immer. Wo haben wir dich hier? Das ist das Erste. Aber ich möchte noch woanders kurz hin. Da wir gerade in der Nähe sind. Ich denke, ihr wisst, was ich mache. Ja, ich möchte noch woanders hin. Ja, diese... ...Wollschein-Kante und so. So. Äh. Ah, ja, ja, ja. Okay. Nie, aber ich schließe einfach auf mit dieses... ...Rangieren. Immer noch. Erstmal aktivieren. Weil die Kette ist mit dem Sitz verbuggt. Jetzt versuchen wir am besten hier zu kommen, damit es hoch geht, möglichst hoch. Okay, die Reifenblocking sind total rotiert, kann man vergessen, na gut. Dann, vielleicht ein anderes Auto. Ah, wo geht es denn, komm. Ich schau mich an. Ich schau mich an und höre ihn zu. Wird der so angefahren. Alter, das Auto ist vor allem gut. Die Gang ist echt. Ja, ja, ja. 100 Pro bei meinem Zuhause, oder was auch immer das sein soll. Oder auch nicht. Okay. Okay, dann halt nicht, ne. Also. Alter, die Waffe. Ich bin nicht getroffen, aber es war knapp. Es war richtig knapp. Gut, wie es weitergeht. Das seht ihr im nächsten Video. Ich bin nicht... Ich bin nicht der Zeit.